Was ist denn wieder heutzutage? Hint der neue spanische Superhit Despacito? Ich wär noch wahnsinnig. Was heißt denn, ich weiß nicht, Despacito, Boerisch. Deutsch, wahrscheinlich. was heißt Despacito, Boerisch? Warte zu, eure Schachtel! Das weiß nicht. Nein, das heißt langsam. Langsam heißt es, ich weiß. Was? Kann man am Badischen Hüt machen, nur nicht hudeln. Wo Badische Bäume in der Lederhäuser sind. Das wird schon was machen. Was? Schaut mal die Liederhäuser, oder doch mal die Ordehäuser. Oder auch die Andréhäuser. Die nehmen wir völlig alle da in unserem fischen Cabrillo. Aber wir wollen da alle die und da machts Bam Bam. Und der Puls geht über 100 und er macht Bam Bam. Nur mit uns. Wir fahren darf halt leider nur die Ordehäuser. Geht doch, geht doch, geht doch herzuschieben, du bist das halt gar nicht. Wenn du willst, dann nimmst du heute zum Schau mir in die Augen. Wollt jetzt von der Lerheit, darfst du alles erlauben. Was passiert da? A jeder hört das Lied, es lauft in jedem Radio und schon wieder so ein Video. Was passiert da? Das Lied wird immer schöner, singen sogar die Italiener, irgendwann wird's auch nicht keiner. Wie du mit mir tanzt und glanzst und wackelst mit deinem Popo, bleibst du mit mir heit hocker? Du bist mein Favorito, 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 wie warst du eigentlich mein Diendo, Señorita? Du meinst, das merkst du nie, ja, bis morgen in der Früh, was passiert da? Ja, nur nicht hudeln.